Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5924 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Der Baum ist beim Sturm umgekippt. Er versperrt den Weg. Der Baum ist beim Sturm umgekippt. Er versperrt den Weg. Ob beruflich oder privat, man kann mit dir auch über lustige Dinge reden. Ob beruflich oder privat, man kann mit dir auch über lustige Dinge reden. Kopfschmerztabletten gibt es in der Apotheke. Kopfschmerztabletten gibt es in der Apotheke. Kopfschmerztabletten gibt es in der Apotheke. Lass dich vom Apotheker beraten. Die Zusammenarbeit hat gut funktioniert. Wir haben unser Ziel erreicht. Was soll ich heute kochen? Eine gesunde Arbeitsumgebung ist der Schlüssel zu produktiver Arbeit. Eine gesunde Arbeitsumgebung ist der Schlüssel zu produktiver Arbeit. Im Restaurant treffen wir Teams aus anderen Büros, die hier auch ihre Mittagspause verbringen. Im Restaurant treffen wir Teams aus anderen Büros, die hier auch ihre Mittagspause verbringen. Viele Fluggesellschaften meiden den Luftraum über der Ukraine. Viele Fluggesellschaften meiden den Luftraum über der Ukraine. Viele Fluggesellschaften meiden den Luftraum über der Ukraine. Dadurch verlängert sich die Flugzeit. Ich traue mich nicht, über die Weide zu gehen. Da sind so viele Kühe. Ich traue mich nicht, über die Weide zu gehen. Da sind so viele Kühe. Ich traue mich nicht, über die Weide zu gehen. Da sind so viele Kühe. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like.